Sulzbach-Saar ist eine Stadt im saarländischen Regionalverband Saarbrücken. Geografie Die Stadt liegt im oberen Sulzbachtal im Gebiet des Saar-Kohlenwaldes, etwa 10 km nordöstlich von Saarbrücken und etwa 4 km nordwestlich von Sankt-Immingwart. Zu Sulzbach-Saar gehören die Stadtteile Altenwald-Brefeld, Hühnerfeld, Neuweiler, Schnappach sowie Sulzbach-Mitte, der ursprüngliche Ortskern. Im Süden grenzt die Stadt Sulzbach an die Landeshauptstadt Saarbrücken. Im Westen an die Gemeinde Quierschied und im Norden an die Stadt Friedrichstahl, die alle zum Regionalverband Saarbrücken gehören. Im Osten grenzt Sulzbach an die Mittelstadt Saarbrücken, im Ingbert die im Saar-Pfalz-Kreis liegt. Geschichte Im Jahr 1346 wurde das Dorf Sulzbach zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Über den genauen Zeitpunkt der Gründung gibt es keine Erkenntnisse. Die Benennung nach dem durch den Ort fließenden Sulzbach lässt im Gegensatz zu anderen Ortsnahmetypen keine eindeutige zeitliche Zuordnung zu. Dennoch ist mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen, dass Sulzbach eine Gründung des frühen Mittelalters ist. Da von Gewässern abgeleitete Siedlungsnamen erst mit den großen Rodungen des Hochmittelalters Verbreitung fanden. Aus diesem Grund kann man die Gründung Sulzbachs im 12. oder 13. Jahrhundert also im Hochmittelalter annehmen. Diese Annahme wird auch durch die Siedlungsgeografie gestützt. Die Lage im Saarkohlenwald, einem der unfruchtbarsten Gebiete des Saarlandes, gaben kaum Anreize zur Ansiedlung. Von Dottweiler aus das am Ausgang des Sulzbach-Tales liegt und 977 erstmals erwähnt wurde, schob sich die Besiedlung nur zögernd talaufwärts. Das an den Sulzbach-Quellen gelegene Friedrichsthal wurde erst 1723 gegründet. Die Erwerbsquellen der Bewohner Sulzbachs lagen im Spätmittelalter bei wilden ungeordneten Kohlengräbereien, von denen Berichte aus dem Jahr 1462 zeugen. Mit dem endgültigen Übergang in den Besitz der Grafschaft Nassauserbrücken im Jahr 1549 begann in Sulzbach die Salzgewinnung, die bis 1736 anhielt. Als das unrentable Salzwerk geschlossen wurde, der Dreißigjährige Krieg beeinträchtigte Sulzbach zunächst nicht, da die Grafen von Saarbrücken es anfangs verstanden, sich aus der Auseinandersetzung herauszuhalten. Doch bereits 1623 brach im Sulzbachtal erstmals die Pest aus und 1627, 1628 stellte die Grafschaft Saarbrücken und damit auch Sulzbach, unter den hier einquartierten zügellosen kratzischen Truppen. Nachdem Saarbrücken ein Bündnis mit den Schweden eingegangen war, kam es 1635 zur Katastrophe, als die kroatische Soldatiska des kaiserlichen Generalleutnants und Feldzeugmeisters Galas das Land verhehrte und dabei auch das Dorf Sulzbach zugrunde ging. Nach einem Ende 1635 erstellten Bericht des Saarbrücker Rentmeisters Klicker gab es in Sulzbach nur noch zwei Einwohner. Es sollte 93 Jahre dauern bis Sulzbach wieder neu entstand. Im Jahr 1728 begann die Wiederbesiedlung des Dorfes. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde in Sulzbach mit der 1765 errichteten Eisenschmelze auf der Schmelz die Industrialisierung eingeleitet. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde für über 100 Jahre der Steinkohlebergbau die bedeutendste Erwerbsquelle in Sulzbach, der durch den Bau der Eisenbahn im Jahr 1852 einen enormen Aufschwung nahm. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor im 19. Jahrhundert war auch die Glasindustrie. Von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1936 wurde in der Sulzbacher Blaufabrik das Koch- und lichtfeste Preußische oder Berliner Blau, das zum Einfarben von Stoffen verwandt wurde, produziert. 1866 erhielt Sulzbach eine selbstständige Gemeindeverwaltung und 1939 wurde eine Gemeinde Wappen verliehen. 1946 wurde Sulzbach zur Stadt erhoben. Im Zuge einer Gebiets- und Verwaltungsreform kam der Sankt Ingberther Stadtteil Schnappach mit Wirkung vom 1. Januar 1974 zur Stadt Sulzbach. Einwohnerentwicklung Politik Der Stadtrat der Stadt Sulzbach sah besteht aus 33 Mitgliedern. Er wurde von den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt am 25. Mai 2014 bei einer Wahlbeteiligung von 44,0% und mit folgendem Ergebnis gewählt. Bürgermeister 1946 zu 1956 Fritz Schneider 1956 zu 1966 Wolfgang Müller 1967 zu 1977 Richard Bellon 1977 zu 1982 Hans-Joachim Lissmann 1982 zu 1992 Ulf Huppert 1992 zu 2010 Hans-Werner Zimmer Seit dem 1. Oktober 2010 Michael Adam Bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters am 11. Oktober 2009 konnte sich Michael Adam mit 59,4% der abgegebenen Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Karle Christmann durchsetzen. Das Wappen wurde am 18. August 1946 genehmigt Blasonierung Das Wappen weist mit dem Wellenbalken auf den Namen der Stadt hin. Der Sulzbach wird aus salzhaltigen Quellen gespeist. Schlegel und Eisen deuten auf die drei Kohlengruben im Stadtgebiet hin. Die Farben Blau und Silber des Wappens nach der amtlichen Begründung auf die frühere Zugehörigkeit zu Nassau-Saarbrücken, die jedoch richtigerweise die Farben des Hauses Saarbrücken-Commercy sind. Das Wappen wurde von Lothar Höge gestaltet. Städtepartnerschaften Die italienische Partnergemeinde von Sulzbach-Saar ist seit dem Jahr 2000 Ravano-Saar. Ein sichtbares Zeugnis der Partnerschaft ist auf deutscher Seite die Umbenennung des Marktplatzes in Ravano-Saarplatz. Auf italienischer Seite wurde in der VHS Laurizela ein Platz errichtet, auf dem der aus Sulzbach gesandte Kohlenwagen steht. Weitere Partnerstadt ist seit 2005 Basila in Benin. Seit 2014 ist auch Aquesenanz in der französischen Franche-Kong-Partnerstadt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Im Wald zwischen Sulzbach und Duttweiler befindet sich in einer als Klamme bezeichneten Schlucht das Naturdenkmal Brennender Berg. Nach der Überlieferung geriet hier in den 1660er Jahren ein tagesnahes Steinkohlenflöz in Brand. Johann Wolfgang von Goethe besuchte 1770 den Brennenden Berg, woran eine Gedenktafel erinnert. Im 10. Buch seiner Lebenserinnerung in Dichtung und Wahrheit schrieb er über diesen Besuch. Siehe auch, Liste der Baudenkmäler in Sulzbach sah die historischen Salzhäuser auf der Schmelz, bestehend aus dem Salzbrunnenhaus und dem sogenannten Salzherrenhaus. Denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshäuser im Innenstadtbereich in der Sulzbachtalstraße. Die Z.T. restaurierten Häuser mit prachtvollen Fassaden verschiedener Stilrichtungen des Historismus wurden zwischen 1875 und 1910 erbaut. Das Rathaus in der Sulzbachtalstraße besteht aus einem älteren 1867 erbauten, zweigeschossigen spätklassizistischen Bau und einem 1903-1900 Viertel angefügten viergeschossigen Anbau im Neorenaissance-Stil mit reich gegliederter Sandsteinfassade. Das Amtsgericht in der Vopelio-Straße, dessen Fassade des 1913 errichteten Gebäudes sich an barocken Schlossbauten des 17. 18. Jahrhunderts orientiert. Die katholische Pfarrkirche aller Heiligen, die 1927 zu 1929 nach einem Entwurf des Trierer Architekten Peter Marx als tonnengewölbte Seilkirche mit mächtigen mehrgeschossigen Glockenturm in Ziegelbauweise errichtet wurde und regional zu den erstrangigen Bauten zählt. Die evangelische Pfarrkirche auf der Schmelz, die 1852 zu 1854 nach den Plänen des Berliner Architekten C. Rüger als erster neogotischer Kirchenbau an der Saar erbaut wurde, 1897 zu 1998 erfolgte eine Erweiterung durch den Saarbrücker Architekten Heinrich Güth. Der Bahnhof von Sulzbach, 1938 zu 1939 anstelle eines Fachwerkvorgängerbaus als zwei- und eingeschossiger Gebäudekomplex in Klinkerbauweise entstanden. Das ehemalige Herrenhaus Apold ein 1792 erbauter, später erweiterter zweigeschossiger Barockbau mit zwölf Fensterachsen. Er diente 1830 zu 1908 als Herrenhaus der Unternehmerfamilie Apold, den Besitzern der Blaufabrik. Die Grabkapelle Apold befindet sich östlich hinter dem Seniorenheim der AWO. Es handelt sich um eine um 1900 errichtete, gotisch orientierte Kapelle mit halbrunder Absis, die als Grablege für die Sulzbacher Unternehmerfamilie Apold diente. Die Evangelische Kirche im Ortsteil Altenwald, die 1891 zu 1893 im neoromanischen Stil als Bettsaal in Ziegelbauweise errichtet und 1894 um den Chor sowie 1896-1897. um den Kirchturm erweitert wurde. Die in Folge von Grubensenkungen verursachte extreme Schiefstellung des Turmes führte zum Namen Schieferturm von Altenwald. Die katholische Pfarrkirche Herz Jesu im Ortsteil Altenwald, die 1910 Elftel nach dem Entwurf des Saarbrücker Architekten Moritz Gombert als dreischiffige Basilika mit dreiseitig polygonalem Chor erbaut wurde. Die katholische Pfarrkirche Sankt Marien im Ortsteil Hühnerfeld ist ein markanter roter Ziegelbau mit hell abgesetzten Putzflächen aus dem Jahr 1910. Die katholische Filierkirche Sankt Pius im Ortsteil Brefeld, die 1898-99. ursprünglich als Pferdestall der Kreuzgraben-Schächte errichtet und der Ende der 1950er Jahre zur Kirche umgebaut wurde. Von der Evangelischen Kirche auf der Schmelz parallel zur Sulzbachtalstraße erstreckt sich in westlicher Richtung der 1960 ausgebaute Stadtpark. Er geht in seiner Entstehung auf die ausgedehnte Parkanlage der Villa Vopelius zurück. Wirtschaft und Infrastruktur Im ehemaligen Schlachthof wurde von der GIU-Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung im BH-Gewerbefläche zur Verfügung gestellt. Bedeutende Arbeitgeber sind unter anderem das Knappschaftskrankenhaus Sulzbach sowie die Hüdergruppe, welche in Sulzbach ihren Sitz hat. Ein großer Arbeitgeber war die Zentralwerkstatt Hirschbach der REC Deutsche Steinkohle AG, welche als Folge des Ausstiegs aus dem Steinkohlebergbau im Saarland geschlossen wurde. Sulzbach ist über die Bundesautobahn 623 an das überregionale Straßennetz angebunden. Sulzbach liegt an der Nahetalbahn und erhält durch Regionalbahn bzw. Regionalexpress direkte Zugverbindungen zu Saarbrücken und Mainz. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Rudi Assauer, Fußballspieler und Manager Adam Berberich, Politiker, Landtagsabgeordneter Otto Brauneck, Jagdflieger, Angehöriger der Jagdstaffel Richthofen Heinrich Brenner, deutscher Widerstandskämpfer Wilhelm Gellein, Verfassungs- und Oberlandesgerichtspräsident Paul Gutheuer, Geologe und Paläontologe Ludwig Harich, Schriftsteller Eugen Helmle, Schriftsteller und Übersetzer Robert Hans Wenzel, Hochschullehrer für Eisenbahnbau und Rektor der RWTH Aachen Fritz Zollenhofer, Maler Nach ihm wurde ein von der Stadt Sulzbach gestifteter Kunstpreis benannt, der jährlich an regionale Malerpersönlichkeiten verliehen wird.